Connor Gibbs ist ein US-amerikanischer Schauspieler. Bekanntheit erlangte er vor allem durch seine wiederkehrende Rolle in Gust Whisperer Stimmen aus dem Jenseits Leben. Der im Jahr 2001 in Fullerton im US-Bundesstaat Kalifornien geborene Connor Gibbs begann seine Karriere als Schauspieler im Alter von drei Jahren. Gleich mit seinem ersten Vorsprechen überzeugte er die Verantwortlichen und unterzeichnete noch in derselben Woche zusammen mit seinen Eltern einen Vertrag mit einem eigenen Agenten. Außerdem wurde er noch in jener Woche für zwei Werbespots sowie ein Shooting für Kodak mit dem preisgekrönten Job Hütka gebucht. Einer dieser Werbespots wurde unter anderem auch während der 79. Oscar-Verleihung weltweit ausgestrahlt. Im selben Jahr war Gibbs auch in seiner ersten nennenswerten Rolle in einer Fernsehserie zu sehen, als er in einer Folge der mehrfach ausgezeichneten Serie Monk eingesetzt wurde. Außerdem hatte er einen Auftritt im Kurzfilm Candy Shop, wo er unter anderem zusammen mit Michael Kuh Schmidt in Erscheinung trat. Während er noch immer im Werbebereich eingesetzt wurde und daneben auch noch kleine Synchronarbeiten übernahm, war er auch in verschiedene Theaterproduktionen involviert und schaffte es im Laufe der Zeit zurück auf den Bildschirm, wo er schließlich mit der Serie Ghost Whisperer Stimmen aus dem Jenseits seinen Durchbruch feierte. Dabei schlüpft er in der erfolgreichen Fernsehserie in die Rolle des Eden Lucas, dem Sohn von Melinda Gordon und ist in dieser Rolle in allen 22 Folgen der fünften und letzten Staffel im Einsatz. Für diese Rolle wurde er im Jahre 2011 mit einem Young Artist Award in der Kategorie Best Performance in a TV Series Recurring Young Actor Tenant Under ausgezeichnet. Weitere Auftritte hat er im Jahre 2010 in einem Kurzfilm, wo er neben Schauspieltalenten wie Keitling K. Michael, Coco Grayson oder Trenton Rogas zu sehen war und im Jahre 2011 in einer Folge von Memphis Beat, für die er im darauffolgenden Jahr sogar für einen Young Artist Award in der Kategorie Best Performance in a TV Series Guest Starring Young Actor Tenant Under nominiert wurde. Außerdem war er im Jahre 2011 im Fernsehfilm The Naked Brothers Band, Mystery Girl zu sehen, der unter anderem als Teil der Mokumenterie The Naked Brothers Band produziert wurde und dabei den fünften Teil einer Reihe von Fernsehfilmen zur Mokumenterie darstellt. Einen weiteren Auftritt diesmal sogar in einer Hauptrolle hatte er 2011 in A Crush on You, wofür er ebenfalls eine Nominierung bei den Young Artist Awards 2012 erhielt, in diesem Fall in der Kategorie Best Performance in a TV Movie, Miniseries Source Special, Leading Young Actor, Filmografie, Filmauftritte 2007, Candy Shop, 2010, The M.I.S. Informant with Jack Black as Nathan Spumen, 2011, The Naked Brothers Band, Mystery Girl, 2011, A Crush on You, Serienauftritte 2007, Monk, 2009 zu 2010, Ghost Whisperer Stimmen aus dem Jenseits, 2011, Memphis Beat, Nominierungen und Auszeichnungen, Nominierungen 2012, Young Artist Award in der Kategorie Best Performance in a TV Movie, Miniseries Source Special, Leading Young Actor für sein Engagement in A Crush on You, 2012, Young Artist Award in der Kategorie Best Performance in a TV Series, Guest Starring Young Actor in a Under für sein Engagement in der Episode, Ed Leriver von Memphis Beat, Auszeichnungen, 2011, Young Artist Award in der Kategorie Best Performance in a TV Series, Recurring Young Actor in a Under für sein Engagement in Ghost Whisperer, Stimmen aus dem Jenseits,